Die neue Generation der OLED-TVs ist nun da und AG präsentiert uns dieses Jahr mit dem AG C3 OLED TV seinen neuen Oberklasse-Fernseher. In puncto Design und Verarbeitung setzt der C3 auf jenes des C2 aus 2022. In Sachen Software und Bildqualität soll sich aber einiges geändert haben im Vergleich zu seinem Vorgänger. Vor allem, da er nun das bekannte OLED-EX-Panel aus 2022 verwendet und dieses nun auch vollkommen anspricht. Nur, ist der AG C3 wirklich so viel besser als der C2 oder gar besser als der G2 aus 2022? Dies möchte ich nun in diesem Video klären und somit grüße ich euch zu einem neuen Review-Video hier auf meinem Kanal. Achja, wenn euch das gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Der AG C3 ist durch meinen bekannten Testparcours gelaufen und musste sich dabei anspruchsvollen Filmsessions, aber auch anspruchsvollen Gaming-Runden mit einer Xbox Series X und Playstation 5 stellen. Konnte mich der C3 wirklich überzeugen? Dies erfahrt ihr nun in diesem Video und somit würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege los. Beginnen wir mit den technischen Daten. Der TV ist erhältlich in 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll. Jeweils mit einem Ultra-HD-OLED-Panel, welches eine Bildwiederholungssequenz von 120Hz in Ultra-HD bietet. Neu dieses Jahr, der AG C-OLED hat nun das bekannte OLED-EX-Panel des G2-OLED-TV aus 2022 erhalten und dazu noch den neuen Brightness-Booster mit Meta-Technik, welcher ab der Modellgröße von 55 Zoll dabei ist. Der Brightness-Booster soll bis zu 10% mehr Peak-Helligkeit im Vergleich zum AG C2 ermöglichen. Abgerundet wird das Ganze mit vier HDMI 2.1a-Anschlüssen, um die hohe Auflösung mit 120Hz auch einspeisen zu können. Die 120Hz werden abgerundet durch eine G-Sync, FreeSync Premium sowie VR- und QMS-VR Unterstützung. Prozessorseitig verbaut AG den Alpha-9-AI-Prozessor der sechsten Generation, welcher eine neue Verbesserung in der AI-Technik erfahren haben soll. Darüber hinaus bietet der C3, Dolby Vision IQ, HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist auch dieses Jahr wiedererwartend nicht von der Partie. Softwareseitig kommt selbstverständlich AGs WebOS in der neuen Version WebOS 23 zum Einsatz, welches an den wesentlichen Stellen passende Änderungen erfahren haben soll. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Und ja, wie der C2 macht auch der C3 einen sehr wertigen Eindruck. Und auch genauso wie der G3 setzt der C3 auf die gleiche Optik und Materialwahl wie sein direkter Vorgänger. Alles ist sehr genau verarbeitet und wirkt wie aus einem Guss. Besonders gefällt mir der Displayrahmen, welcher mehr Stabilität und Wertigkeit verleiht. Der C3 ist erneut ein absoluter Vorzeigetv, was Verarbeitung und Handling angeht. Alles andere hätte mich aber auch verwundert bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2499 Euro der 55 Zoll Variante, welche ihr hier in diesem Video seht. Als Fernbedienung lächelt uns dieses Jahr die bekannte Magic Remote hingegen, welche schon letztes und vorletztes Jahr am Start war. Gleiche Größe, gleiche Verarbeitung und auch gleiches Gewicht. Leglich die Tasten bzw. dessen Druckpunkt wurde überarbeitet und fühlt sich nun deutlich direkter und fester an. Ansonsten bietet auch die Magic Remote des C3 das gleiche angenehme Bedienerlebnis wie bei der letzten Generation der AG OLED TVs. Werfen wir nun einen Blick auf das neue WebOS 23, welches so 1 zu 1 auch beim AG G3 zum Einsatz kommt. Es wirkt im Verhältnis zu der Vorjahresversion rein optisch jetzt nicht großartig anders. Das gleiche aufgeräumte Design, auch das Einstellungsmenü erstrahlt weiterhin in dem schlichten Grau mit weißer Schrift. Neu ist dieses Jahr das Dropdown-Menü, welches ein komplettes Facelifting erfahren hat und nun viel flexibler und individueller daherkommt. Ansonsten ist die Performance im Vergleich zu WebOS 23 wieder spürbar besser geworden. Menüs, Apps und Co starten nun noch etwas schneller, der C3 präsentiert uns rasant das gewünschte Menü oder Programm. Auch der Spieleoptimier hat ein kleines Facelifting erfahren, dazu bei mehr im späteren Teil des Videos. Auf jeden Fall bietet WebOS 23 wieder die Möglichkeit, den TV in ein stets Breitmodus zu versetzen, um den Fernseher als smarten Bilderrahmen aller Amazon Echo Show zu verwenden. Ansonsten bietet auch WebOS 23 den Zugriff auf den Filmmaker-Mode und beherrscht nun endlich wieder die Verarbeitung von DTS-Signalen. Das wohl Interessanteste an diesem Video kommt jetzt, das Thema Bildqualität. Die Bildqualität habe ich bewertet mit speziellen Testbildern, aber auch mit klassischen Filmen und natürlich beim Gaming. Der Filmmaker-Mode als auch der Spieleoptimierer kamen dabei zum Einsatz und dies nach Norm eingestellt. Seitens der Firmware habe ich den TV mit der Firmware-Version 03.10.19 getestet. Etwaige Verbesserungen durch zukünftige Firmware-Updates werde ich wie immer in einem separaten Analyse-Video behandeln. Ich würde sagen, schauen wir nun mal, was der C3 so alles zu bieten hat, wie er vor allem gegenüber dem AG G2 und dem G3 abschneidet. Starten wir wie immer mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen. Letztes Jahr musste ich dem AG C2 und G2 hier hochloben und eine exzellente Near-Black-Darstellung bescheinigen. Nun, wie sieht dies beim AG C3 aus? Ja, was soll ich sagen, auch der C3 setzt hier die Geschichte fort und präsentiert uns, genauso wie der G3, eine hervorragende Near-Black-Leistung. Ab 66 Nits, welches exakt über dem Referenzschwarz agiert, beginnt der C3 eine Darstellung von Bildinhalten. Dank eines besseren Videoprocessing kann der C3 gegenüber dem G2 im Testbild als auch Realbild-Szenario nochmal definierter im Schwarzbereich auftreten, was ihn dann sichtbar besser macht. Nun kommen wir zu einem Thema, welches wohl für die meisten am interessantesten ist und vor allem im Vergleich zum AG G2, und zwar die Helligkeit. In meinem Test hat der AG C3 eine HDR-Spitznelligkeit von gut 900 Nits im Testbild und gut 870 Nits im Realbild-Szenario erreicht. Damit ist er, wohlgemerkt im Filmmaker-Mode, jetzt nicht signifikant besser als sein direkter Vorgänger, der C2. Aber er packt hier die gut 10% mehr Lichtleistung, die versprochen werden. Jener Performance-Boost ist vor allem der effizienteren Ansteuerung des OLED-X-Panels zu verdanken. Dennoch, an die grandiosen 1000 Nits des AG G2 kommt der C3 leider nicht heran, dafür fehlt ihm einfach die Heatsink. Mit gut 900 Nits HDR-Spitznelligkeit ist der AG C3 definitiv konkurrenzfähig und kann sich getrost als hellster AG C-OLED-TV jeher bezeichnen. Im Vergleich zum Philips OLED 97 ist jedenfalls gut zu sehen, was aus dem OLED-EX-Panel noch herauszuholen ist, so ganz ohne Heatsink, aber dank ausgeklügelter Computer-Algorithmen. Im Vergleich zum AG G3, welcher hier Spitznelligkeiten von 1400 Nits erreicht, ist der AG C3 für den Großteil der HDR-Filme am Markt zwar mehr als hell genug, aber eben nicht perfekt. Die magischen 1000 Nits kann er leider nicht erreichen und muss somit auf das altbekannte Dynamic Tor Mapping zurückgreifen. Wie auch der G3 setzt der neue C3 auf das neue OLED Dynamic Tor Mapping Pro, welches vor allem in hellen Bildbereichen für mehr Details sorgen soll. Und ja, auch hier ist ein Sprung nach oben zu erkennen. Ab einer Spitznelligkeit von 2000 Nits beginnt der C3 papierweiße Inhalte ausbrennen zu lassen und endet in einem HDR-Clipping, was ihn hier gut 500 Nits stärker auftreten lässt als den C2 und er somit HD-Inhalte, welche eine Lichtperformance jenseits der 1000 Nits-Marke fordern, bis 2000 Nits problemlos heller erscheinen lässt, als das Panel eigentlich liefern kann. Damit bewegt er sich hier auf dem Level des AG G2 aus 2022. Erstaunliche Leistung unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten. Kommen wir nun zum Thema Auto-Static Brightness Limiter kurz ASBL und dem Auto-Brightness Limiter kurz ABL. Was sich genau technisch dahinter verbirgt, habe ich für euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ich euch oben in der Infobox verlinkt habe. In Sachen ASBL hat AG nun endlich die Problematik mit dem willkürlichen Abdunkeln von dunklen HDR-Inhalten gelöst und mit der Firmware-Version 03.10.19 das wohl entscheidendste Firmware-Update der letzten Jahre veröffentlicht. Der ASBL greift nun überhaupt nicht mehr ungewollt ins Bild ein und übertrifft hiermit signifikant sämtliche Vorgängergenerationen aller AG OLED-TVs, was bei dunkleren HDR-Filmen einen bildqualitativen Vorteil hat, welches schon längst hätte implementiert werden müssen. Auf Seiten des ABL, dort bewegt sich der C3 wieder eher Mittelfeld. Dank seines effizienteren Energiemanagements kann er mehr gesamte Lichtfläche darstellen als noch sein Vorgänger und verliert erst bei gut 40% Flächendicht gut 40% Lichtleistung. Das ist eine sichtbare Verbesserung des Auto-Brightness-Limiters. Besonders interessant ist an dieser Stelle, dass er hier sogar besser performt als der AG-G2 aus 2022, welcher ebenfalls das OLED-EX-Panel verwendet und dies sogar mit Heatsink. Dies zeigt deutlich, dass AGs Meta-Algorithmus nicht nur Schein, sondern auch sein ist. Unter dem Strich ist die Lichtperformance des AG-C3 als sehr gut zu bezeichnen. Vor allem durch den deutlich besser agierenden Auto-Static-Brightness-Limiter ist nun auch der AG-C-OLED dieses nervige und vollkommen wirkürliche Abdunkeln von komplexen Harder-Inhalten los. Aber auch, dass der Auto-Brightness-Limiter ebenfalls eine sichtbare Verbesserung verbucht und hier sogar das AG-High-End-Modell aus 2022 schlägt, zeigt, dass AG seine Hausaufgaben gemacht hat. Die reellen 870-Nit-Spitznelligkeit sind zwar nicht auf dem High-End-Niveau 2023 und ich muss auch ehrlich zugeben, 1000-Nit hätte drin sein müssen, aber die grundlegenden Verbesserungen machen diesen Patzer wieder gut. Im Vergleich zum AG-G3 kann der C3 aber nicht mithalten, dank Micro-Lens Array OLED kann der G3 sämtliche Lichtbereiche intensiver darstellen und somit auch eine sichtbar bessere Farbleuchtintensität aus dem Hut zaubern. Machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Hier habe ich den C3 auf seine Farbperformance im BT-709 und BT-2020 Farbraum überprüft. Beginnen wir mit dem Filmmaker-Mode. Wie wir in meinem Tech-Impression-Video bereits festgestellt haben, ist die Farbkalibierung des C3 im SDR-Farbraum BT-709 sehr ordentlich. In den dunklen Bildbereichen etwas chaotischer, wobei ich hier auch von Artefakten der Messung sprechen kann. Denn rein optisch ist dies nicht auszumachen. Jedenfalls haben wir es hier mit einer sehr guten Kalibierung zu tun, mit der nötigen Blauentsättigung. Das Rot und Grün exzellent auf der 100%-Linie. Nur die Blauentsättigung ist etwas zu optimistisch und hätte ruhig noch 2-3% weniger ausfallen dürfen. Ansonsten ist der C3 hier besser als der G3. Weiter geht es im Filmmaker-Mode mit dem erweiterten Farbraum BT-2020. Was soll ich sagen, hier bewegt er sich auf dem exakt gleichen Level wie das Highend Modell der AG G3. Genau die gleiche Bildabstimmung, welche ich als Referenzbild bezeichnet habe und ja, dies möchte ich auch beim AG C3 machen. Leute, der C3 liefert ein Referenzbild. Perfektes Rot, perfektes Grün und eine leichte Blausenkel für den richtigen Weißpunkt. Wobei auch hier etwas zu blau entsättigt ist, um die 6500 Kelvin genau treffen zu können. Jedenfalls, rein aus der Sicht der Out-of-the-Box-Performance, ein Meisterwerk. Neben dem Filmmaker-Mode ist auch der Spiele-Modus sehr essentiell. Nun, und ihr werdet es nicht glauben, im klassischen SDR-Farbraum BT-709 liefert der C3 hier exakt die gleiche Abstimmung ab wie der AG G3. Ja, ich habe die Messung mehrmals wiederholt. Auch hier sehen wir die auffällige Rot-Durchzeichnung, die das Bild nach Messdaten zu rötlich erscheinen lässt. Ja, aber dies müssen wir auch beim C3 ein wenig anders bewerten. Er braucht dies tatsächlich, um hier den Weißpunkt besser treffen zu können, welcher er im Spiele-Optimierer-Modus als AGC-OLED erstmalig genauer trifft. Dementsprechend ist die Kalibierung auch im SDR-Spiel-Optimierer-Modus ebenfalls als sehr gut zu bezeichnen. Der Spiele-Optimierer-Modus im HDR-Farbraum BT-2020 ist hier ähnlich kalibriert, wobei er hier, genauso wie der G3, noch eine Ladung oben draufsetzt und sonst hier eine sehr lineare, perfekte Kalibierung abliefert. Perfektes Blau, perfektes Grün und ein leicht angehobenes Rot, um den Weißpunkt in dem Fall perfekt zu treffen. Ich kann hier nicht mehr sagen außer, das ist ein G3 im C3-Kostüm. Wichtig ist, dass wir uns im Filmmekamod noch die Warm-Weiß-Darstellung gemäß der D65-Norm anschauen. Im SDR-Farbraum BT-709 kann von einer guten Warm-Weiß-Darstellung gesprochen werden. In den dunklen Bildbereichen etwas so warm, welche auf die zur rötliche Darstellung zurückzuführen ist. In reinen Weißbereichen zwischen 80 bis 100% Weißbild bewegt sich der C3 mit gut 6.350 Kelvin etwas zu warm gegenüber der 6.500 Kelvin-Normlinie. Im HDR-Farbraum BT-2020 zeichnet sich ein lineares Bild, aber auch hier einen Ticken zu warm. Dies lässt sich aber mit einer leicht kühleren Farbtemperatureinstellung ganz simpel korrigieren. Abschließend müssen wir uns natürlich noch das Colorbending anschauen. Wie zu erwarten liefert uns auch der AG-C3 keinerlei Farbhelligkeitsabstufung und somit auch kein Colorbending. In Punkto Farbdarstellung hat mich der C3 hier mehr als überrascht. Er liefert exakt die gleiche Farbperformance ab wie sein größerer Bruder der AG-G3 und ist dabei sogar im SDR Filmmaker-Mode besser. Ich kann mich nur verneigen und dem C3 die Out-of-the-Box-Farbreferenz bescheinigen. Ohne großen Umweg, auch dieses Jahr sind die AG OLED-TVs wieder auf das moderne Gaming hin optimiert. HDMI 2.1a mit dem Support für 4K mit 120Hz, Auto Low Latency Mode, VR, G-Sync, Freezing Premium und Dolby Vision Gaming mit bis zu 120Hz stehen bereit. Kann der C3 in Sachen Gaming-Performance seinen Vorgänger noch übertreffen? Nun, die Antwort ist hier nicht so eindeutig wie beim G3. Grundlegend kann gesagt werden, dass der C3 eine bessere Bild-Performance beim Gaming abliefert als der C2. Dies vornehmlich durch seine extrem gute Farbkalibrierung. Ansonsten kann er, da ihm das Micro Lens Array OLED Panel des G3 verwehrt bleibt, nicht mit der besseren Farbleuchtintensität punkten. Dadurch wirken vornehmlich HDR und Dolby Vision Games nicht so intensiv wie auf dem G3. Dies soll nun nicht heißen, dass der C3 hier signifikant schlechter ist, das keinesfalls aber eben nicht ebenbürtig. Auf Seiten des SDR Gamings hingegen schon, welche naturgemäß weniger von der höheren Licht-Performance profitieren. Die Bild-Performance würde ich hier exakt mit jener des AG G3 und des letztjährigen AG CS vergleichen, welcher letztes Jahr auch bei SDR Games eine ordentliche Performance abgeliefert hat. Der AG C3 kann hier dank seines besseren Autostatic Brightness Limiters aber noch brillanter auftreten als der CS und der C2. Besonders hervorheben möchte ich die Reaktionsfähigkeit bzw. die Eingabeverzögerung. Diese ist beim AG C3 fast schon monströs. Mit aktiviertem Auto Low Latency Mode ist beim C3 eigentlich keine Eingabeverzögerung mehr wahrzunehmen. Absolut beachtlich unterstreicht erneut die enorme Rechenleistung des C3. Wie wir bereits in einem separaten Video feststellen mussten, leiden auch die 2023er AG OLEDs weiterhin unter dem VR-Gamma-Flimmern bei einem 120Hz-Signal. Sei es in SDR, HDR oder Dolby Vision. Bei einer variablen Bildwiederholungsfrequenz zwischen 90 bis 120Hz flimmern auch beim C3 Schwarzbereiche vor sich hin. Mehr als mich darüber aufregen, kann ich da wohl nicht mehr. Für so einen Vorzeigetv, welcher in fast allen Belängen heraussticht, einfach nur schade. Natürlich könnt ihr auch beim C3 wieder mittels des Spieloptimierers die multiplen Gamma-Kurven anpassen, um der Problematik etwas Herr zu werden. Apropos Spieleoptimierer. Der Spieleoptimierer ist eine hervorragende Ergänzung und macht den C3 zum absoluten Gaming-TV. Die Verbesserungen am Spieleoptimierer sind für mich logisch und konsequent. Besonders gefällt mir, dass nun noch konsequenter die Schlüsselbildeinstellung direkt im Spieloptimierer eingestellt werden können und nicht mehr müheseelig in einem anderen Untermenü. Sehr gut. Nun, die Gamingleistung bewegt sich auch beim C3 auf dem Niveau, auf dem ich sie auch erwartet habe. Es gibt kaum Anlass zur Kritik, sei es für PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X Spieler. Der C3 liefert für alle Fraktionen ein Rundum-sorglos-Paket. Werfen wir nun einen Blick auf den Upscaler und hier flacht auch beim C3 die Verbesserungskurve langsam ab. Der AG C2 lieferte letztes Jahr hier einen sehr guten Upscaler, welcher sich mit den hervorragenden Upscaler des Sony-TVs messen konnte. Der C3 kann ihn an dieser Stelle zwar anknüpfen, liefert aber nicht zwingend ein besseres Upscaler-Ergebnis. Seine bessere Farbkalibrierung kann hier und da noch etwas mehr aus dem Bild herausholen, aber an Bildschärf und Detailreichtum kann der C3 seinen Vorgänger nicht unbedingt übertreffen. Der Upscaler ist weiterhin sehr ordentlich, wobei ich vermute, dass er dieses Jahr wenig heilt gegenüber der Konkurrenz aus dem Hause Sony und Panasonic haben wird. Kommen wir nun zur Zwischenbildberechnung. Was eine Zwischenbildberechnung ist, habe ich für euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ebenfalls oben in der Infobox verlinkt ist. Die Zwischenbildberechnung des C3 ist auch wieder eher als okay zu bezeichnen. Hier bewegt er sich auf dem Level des G3 und dementsprechend etwas über jenes des G1 und kommt leider nicht an die elegante Zwischenbildberechnung des G2 heran. Auf jeden Fall, bei einem Quellmaterial von 24 Bildern pro Sekunde, was einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, zerreißt der C3 das Bild sichtbar. Was auf meinen Testbildern brutal aussieht, ist bei einem echten Film natürlich situationsabhängig. Auch 2023 hat es AG in der Oberklasse nicht geschafft, die Zwischenbildberechnung in den Griff zu bekommen und dies bei verbessertem SoC. Machen wir weiter mit einem Thema, welches bei OLED-TVs ebenso brisant ist wie ärgerlich. Die Rede ist von vertikalen Bending. Vertikales Bending ist in der Vergangenheit vor allem bei den OLED-TVs immer wieder aufgetreten. An meinem AG C3 konnte ich kaum bis kein vertikales Bending feststellen. In sehr dunklen Bildbereichen konnte ich sehr leichtes Bending ausmachen, ansonsten ein komplett streifenfreies Bild. Weiter geht es nun mit dem Sound des C3. Nun, wenn ich mich so an das letzte Jahr erinnere, als ich den C2 getestet habe, da war ich sichtlich froh, als der Audiotest fertig war. Denn mehr als lebloser Matsch kam mir da nicht über die Lippen. Wie sieht dies nun dieses Jahr aus? Hier muss ich sagen, gar nicht so gravierend. Klar, auch der C3 ist jetzt kein Audio-Künstler und klingt vor allem im Audio-Modus AI Sound Pro einfach nur gruselig. Dennoch ist eine hörbare Verbesserung wahrzunehmen, vor allem im tieferen Bereich. Wie auch beim G3 gefällt mir beim C3 ebenfalls der Kino-Audio-Modus, welcher sehr ordentlich klingt. Dennoch, der G3 liefert hier eine bessere Performance ab und auch hier empfehle ich euch weiterhin lieber auf eine externe Audio-Lösung zu setzen. Fazit Mit dem AG C3 haben wir nun auch AGs Oberklasse-Modell für das Jahr 2023 getestet. Für mich stellt sich nun vornehmlich die abschließende Frage, ist der AG C3 nun so viel schlechter als das High-End-Modell der AG G3? Nun, die Antwort darauf ist recht simpel mit Nein zu beantworten. Klar, wir haben hier eine sichtbar schlechtere Licht-Performance gegenüber dem AG G3. Dies ist ein definitiver Fakt und das macht den G3 auch besser. Aber einen gewichtigen Punkt sollten wir hier nicht außer Acht lassen. Mit knapp 900 Nits bewegt sich der C3 sehr nahe an den relevanten 1000 Nits, worin 9 von 10 Filme gemastert sind und dank des besseren Dynamic Tor-Mappings und vor allem des besseren Auto-Static Brightness Limiters sowie Auto-Brightness Limiters kann der C3 diese Lücke von gut 100 Nits mit einer grundbesseren Licht-Performance füllen. Dies resultiert dann letztendlich in einer ausreichenden Licht-Performance für alle gängigen HDR-Inhalte. Dennoch, weiter störend empfinde ich auch beim AG C3, dass er ebenfalls mit dem doch recht nervigen VR-Gamma-Flimmern zu kämpfen hat und auch die Zwischenbild-Berechnung wieder eher durchwachsender herkommt. Bei letzteren muss er sich von der Preisklassen-Konkurrenz aus 2022 geschlagen geben, eigentlich wäre dies nur eine simple Detail-Verbesserung. Wieder gut macht der C3 dies aber mit der wirklich herausragenden Farb-Performance, welche ihn, im Vergleich zu seinem Vorgänger, in allen Belängen besser macht. Jener ist absolute Spitze, muss sich hier auch nicht hinter jener des AG G3 verstecken. Sei es nun im Filmmaker-Mode oder im Spielmodus. Was AG hier bei der C-Reihe abgeliefert hat, ist absolut hervorragend. Unter dem Strich liefert AG mit dem C3 den bisher besten AG C-OLED ab, der jeher erschienen ist. Verarbeitungsqualität, Licht-Performance, Bild-Kalibrierung als auch Gaming-Performance bewegen sich hier wieder auf Oberklasse und teils sogar auf High-End-Niveau. Abgerundet wird dies wieder mit der flotten Performance des AG WebOS-Betriebssystems und wird mit der zurückgekehrten DTS-Format-Unterstützung garniert. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und den C3 als kleines Meisterwerk bezeichnen. Für seinen Einstiegspreis von 2.399 Euro in der 55 C3-7-Variante ist er natürlich, jetzt im April, Mai 2023, preislich wieder fernab von Gut und Böse. Klar, seine Performance ist erstklassig, dennoch sollte hier ein Preisfall auf mindestens 1.700 Euro für die 55-Zoll-Variante abgewartet werden. Alternativ würde hier entweder Sonys A95K, Philips OLED 907 oder auch AGs G2 wählen, wer genau jetzt ein neuer TV her muss. Diese liefern eine ähnlich gute Bild-Performance, vor allem Sonys A95K ist aktuell preislich die deutlich bessere Alternative. Ansonsten lohnt sich das Warten definitiv und ihr bekommt mit dem AGC3 einen Fernseher, der in der gefallenen Preisklasse seine Konkurrenz suchen wird. Ja und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum AGC3TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt mir diese in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen sowie das Aktivieren der Glocke. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch nun eine schöne Ole-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!